So, die Aufnahme läuft. Der Zaun läuft auch. Wer ist sonst noch so hübsch wie wir? Ich? Der Film. Wie wir. Na? Der Film. Das ist ja der gute Spiel. Du kommst! Was brauchen wir jetzt? Das, was wir gemacht haben, war, dass ich... Also willkommen zurück, ja. Hallo! Von diesem unfassbar langen Cut, ja. Das war doch nicht klar. Ja, ja. Darum geht's. Er ist in der Taverno, oder? Richtig. Er hat sein Zimmer bestellt. Hast du auch schon mitzahlt? Natürlich. Sehr gut. Natürlich. Natürlich. Ob ich ihm da so trauen würde. Was? 15 Dukaten dazu schreiben? Ich habe ja gesagt, ich gehe aus der Taverno raus. Richtig. Und ich biege dann in die Gasse ein. Und warte am Eingang von der Gasse. Ob er weiter geht oder kommt. Aha. Im Moment. Ich glaube, das muss er eigentlich durchlaut halt. Ja. Ja, also es ist ja so, dass... Es ist ja Abend. Richtig. Okay. Es beginnt jetzt langsam dunkel zu werden. Hat er mich da reingehen können? Oder hat er auch gemeint, er geht raus? Ja, ihr seid relativ hintereinander rausgegangen. Okay. Ja, ich bin... Also eigentlich würde ich jetzt... Im Dunkeln ist nicht gut munkeln. Aber... Ja, ich möchte jetzt eigentlich auch lieber mich hinlegen. Und chillen. Das heißt, du legst dich jetzt instant auf die Straße. Nein. Ich möchte eigentlich... Ich glaube, ich werde auch dieses Gruppenzimmer da. Da nehmen. Okay. Und... Na ja... Naja... Also bevor ich überhaupt nicht zum Pellen komme... Ne... Sieg mich lieber neben sowas. Nehm sowas, alles. Wie sollst du jetzt schon so eine Woche neben sowas gehen? Ja, also ich geh wieder in die erste Taverne zum Tellenzimmern Affen und Zirkel oder so. Also das ist ein Fachwort von Boston. Der Tellen Affen Zirkel. Und geh zum Wirt und... Nehm ein Zimmer für... Was war denn? Fünf Fäller. Fünf Fäller die Nacht. Fünf Fäller die Nacht. Wie geht's zum Wirt? Ich nehme ein Zimmer. Nein. Fünf Fäller. Zum Glück kannst du es übersetzen. Das ist ein Pelle in der Nacht. Fünfmal in der Zeit in der Nacht. Na. Also dann habe ich noch fünf Fäller. Zwei Nächte pennen. Immerhin etwa. Dann ist es klar. Und ich... Genau. Und ich schlafe. Direkt schlafen gehen, ja? Ja, komm ich will mich direkt hin. Alles klar, Gunnar. Sehr gut. Gut. Markus, du hast dich hingelegt. Schläfst du schon? Oder machst du noch irgendwas? Ich würde kommen. Ähm... Na. Warst du ein Augenbetrieb? Dann geh mal schlafen. Na, ich geh mal schlafen. Also... Ne. Wartmann. Nein. Gehst wappen. Nimm mich selbst draußen. Was machst du? Also ich stehe nach vor dem Wirt, oder? Du hast ja jetzt gerade dein Zimmer geholfen. David hat dich überholt, oder? Wir gehen ja so mal eine Zeit zurück. Okay. Dann stehe ich noch vor dem Wirt. Und ich gehe mal in die Gemeinschaft sein, ja? Okay. Wie viele Leute sind da drin? Äh... Es ist noch nicht so spät, dass die Leute pennen gehen. Also... Also... Also David. Ah... Bist du noch... Alter Mann. Hä? Ist es noch... Es beginnt gerade dunkel zu werden. Ja, okay. Also gut. Ich... ...leg mich dann auch. Schon langsam ins Bett. Und... Ähm... Versuche so meine innere Uhr einzustellen, ja? Dass ich mitten in der Nacht auch wache. Kann ich das? Ich muss meine... Meine Eieruhr kurz stellen. Du weißt, was ich weiß. Dass ich so... Mitten in der Nacht auch wache. Ja. Scheiße. Du würfel. Nein. Ich glaube... Du schlaffst den ganzen Tag. 20... Du schlaffst... Okay, komm. Du darfst einmal würfeln. Ich sag dir nicht auf was. Oh nein. Alles gut. Prost. Müsst du noch schlafen jetzt, oder? Wir können eh schon weitermachen. Mit wem? Also gut. Dann schlafe ich halt ein, oder? Genau. Mit der Überzeugung, dass ich auch wache. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. War so krass. Du hast ja dann in die Uhr gestellt. Morgen mittags. Jetzt kommt sie zu. Ich seh vermutlich David an mir vorbei. Troutman 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 an mir vorbei. Gehen. Und... Da ich halt... In... Zurück habe ich dabei. Haben wir dann wieder aufzutreten und zurück. Und wo ich mich eher verschwolle. Das weiß ich auch nicht. Das heißt... Gibt's... 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 Straßenlattern in der Stadt? Das ist eine große Stadt. Eine Hauptstadt. Ja... In der Straße wo mir dann scheinbar drin wohnt. Nicht. Aber in der Hauptstraße. Aber in der Hauptstraße. Ich kann ja noch sehen. Richtig. Ja... Das heißt... Der hat ja gesagt, dass am Ende der Straße ist. Also ich gehe... Ich schaue mir halt schon auf die anderen Häusern an. Ob ich irgendwelche Lindenwerte darauf finde, dass da... So was sein könnte. Ich spiele jetzt bei der Stampeione durch. Und durch. Ja... Ja... Und... Und... Versuche halt... Zu finden, wo die wohnt. Ob ich das irgendwie erkennen kann von außen. Ja... Weil ein Schild hängt... Eigentlich drauf, dass da ein... Magischer Heiler wohnt oder so. Ich weiß es nicht. Ich halte halt aufschau in den Häusern, ob dich irgendwas aufhängt. Ja... Du läufst halt durch die Gassen durch. Dir fällt auf, dass die Häuser halt alle... Sehen halt normal aus. Ist nichts Auffälliges dran. Ja... Mir fällt auf, dass sie nichts auffallen. Ja... Moment! Ähm... Klingst mir voll schon. Das einzige, was dir auffällt, ist, dass... Eins von den Häusern, das sieht ein bisschen verlassen aus. Ansonsten ist eigentlich alles... Wie verlassen? Ja... Verrichtet, zusammengefallen und keine Fenster drin, ne? Nein, nein, das sieht leicht heruntergekommen aus, als würde sich da schon seit... in einiger Zeit niemand mehr wirklich dumm kommen. Nach einem Halbenjahr? Ja... Nach einem Halbenjahr ist so ein Haus noch nichts heruntergekommen. Oder... Also... Vor allem nicht... Ich meine, staubig aber... Von außen... Sind das so mehrstattig, als ich jetzt auch... Oder... Ja... Da müssen ja eigentlich andere Leute auch in den Wohnen... Also ein bisschen... Wie... 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 oder der Knauf ist schon abgenutzt und keine Ahnung. Ist halt eine Tür, die halt angemalt ist. Ja. Ganz so krass, dass die Farbe so abblättert oder also nicht. Mhm. Ich erkenne auch, dass sie nicht frisch getreten ist. Richtig. Also schon Schmutzfleckenblech oder so. Genau. Hat so einen Essendring zum Anklopfen. Also den man so aufhebt in den Teil jetzt. Oder gar nichts? Nee. Gar nichts zum... Richtig. Wir probieren leistend die Tür aufzumachen. Die Tür ist verschlossen. Okay. Dann schopf ich an. Die Tür war fertig. Nichts passiert. War das am Ende der Gasse das Haus, bei dem ich da stehe? Nicht komplett am Ende, aber da kommen nicht mehr viele Häuser. Ja, dann schau ich mal weiter. Okay. Auch dann noch ein cooles Haus. Ist keins, was dir sonderlich auffällt. Ist keins, was dir sonderlich auffällt, ne? Erkenne ich bei einem Haus, dass es von reicheren Leuten bewohnt wird? Weil die irgendwelche Verzierungen an der Tür hat oder so? Sie sehen alle... Also alle Häuser sehen ungefähr. Ja, okay. Erkenne ich aber nicht viel. Dann gehe ich zum letzten Haus auf der linken Seite. Okay. Zur Tür. Wie schaut das aus, ganz normal? Ganz normal, ja. Da klopf ich mal an. Okay. Da öffnet dir jemand. Den Zwölfen zum Gruß. Er hat gesagt, er hat gesagt, er hat gesagt. Wo wohnt eine Magierin in ihrer Gasse? Nicht, dass ich wüsste. while in der Gasse. Das weiß ich. Das weiß ich. Der Ruhr. Was? Ich geh einfach. Okay. Dann ist die Tür wieder. Den nächsten Haar. Und den nächsten Haar. Wird ja wieder geöffnet. Und den Zwölfen zum Gruß. Servus. Wohnt in der Magerin, in Ihrer Gasse? Nicht, dass ich wüsste. Einmal, von einem halben Jahr circa. Circa. Einmal, das Minus 1, 2, 5 Minuten in letzter Zeit. Nicht, dass ich wüsste, wie gesagt. Es wird eingeübt, was wissen Sie eigentlich? Mehr als Sie scheinbar. Schon? Können Sie mich erleuchten? Nein. Nein, ich bin kein Priester, tut mir leid. Echt? Nein. Wo werden die nächsten Priester? Wir haben keine Priester in unserer Stadt. Nein, ich gar nicht? Die Kirche ist vor einiger Zeit abgebrannt und seitdem... Ihr bereitet es ja gerade ein Fest in Ihrer Stadt. Für wem ist das nochmal gewidmet? Für Raja. Da reisen noch Priester an, aber im Moment ist es schlecht. Also Sie wollen... Ist ja König, glaube ich. Bestimmt. Ich habe noch nie mit ihm gesprochen. Wieso hat er dann keine Priester in seiner Stadt? Das ist die Hauptstadt von diesem Königreich. Ich bin... Ich habe... Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß echt nicht, was Sie jetzt von mir wollen. Sind Sie, glaube ich? Das geht Sie jetzt gerade gar nichts an. Ja, ich gehe. Na ja, natürlich. Es ist schwer. Ich werde Binnen noch von dem Verlassenen aus entfernen. Na ja, wie gesagt… Ich geh zu einem hin, das daneben ist und klopft dort an. Wird dir nicht aufgemacht. Dann geh ich zu dem auf der anderen Seite. Und klopft dort an. Da ruft die Stimme von drinnen, lass mich in Ruhe. Ist keiner da. Ja genau. Keiner zu Hause. Ich geh zum Fenster von dem Haus hin und das Fenster, wo ich hinkomm. Genau wie das Verlass im Haus auch, ja. Ich glaube, ich kann einen Fenster an und renn schneller auf der anderen Straßenzeit spielen. Geht dort zu dem Haus, das dir gegenüber von dem verlassenen Haus ist. Ich glaube dort. Passiert nichts mehr. Ich versuch da die Tür aufzunehmen. Verschlößen. Schlösser knacken kann ich nicht, weil ich ohne Dietrich einhaar. Hätten wir doch noch wenn der Schlösser knacken kann. Hätten wir doch noch wenn der Schlösser knacken kann. Den knack ich nicht auf dem Weg. Den renn ich da im Dunkeln nicht mit meinem schönen Briefomotum. Und nicht mit meinem Schlösser. Hätten wir den Schlösser knacken. Kann ich das dann knacken? Den wird praktisch Steine mit knacken. Schlösser knacken. Vier. Vier. Vier, naja. Kann ich den mit meinem Messer aufknacken? Kannst du mit dem Finger knacken? Ja. Mit dem Messer würdest du auf jeden Fall Spuren hinterlassen. Wie ist das so sicher? Ja. Ich könnte von meinem Kamm zu den Dinger abbrechen. Geht das damit? Ich würde zu einem Kamm Spur hinterlassen. Äh, nein. Wie spät ist das denn gerade? Ich glaube damit schlecht schon. Es wird immer dunkler. Wie stark ist die Tür? Ich geh einfach nur mit meiner Rolle aufpassen. Solide Holztür. Ja, wenn dann brech ich eh im alten Haus ein. Na, ich meine eh vom alten Haus. Achso. Ich meine, es ist von neu zum soliden. Solide Holztür, aber wie gesagt schon etwas. So ein locker. Also nicht so, dass sie direkt umfällt, wenn man sie berührt. Wenn man sie berührt. Ja. 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 Ich habe den drauf geklopft. Ähm. Aber mit einem festen Schwertieb würde die bestimmt aufgeben. Oder mit einem Stiefel drin. Schade, dass keiner von uns sein Schwert hat. Verdammt, hat er nur... Baumesser. Ich geh zu dem alten Haus hin. Kloppt doch da. Ähm. Nein, nein. Nein, dafür bin ich zu schön. Das ist ja nicht gratis. Neben einem Stift und einem Stück Papier raus. Heißt du davon ein bisschen was ab? Okay. Also dass ich halt gerade meine Nachricht ausgeglichen werden will. Mhm. Ich schreib zuerst und reißt dann ab. Kannst du schon? Okay, dass du dich auskennst. Kannst du schon? Na ja. Danke. Kuss. Schreibt da drauf. Bims. Fragt. Im. Tänzelsen Affen. Nach. Miripan, die Magerin. Schreib ich da drauf. Und werf den Zettel unter der Tür durch. Okay. Und dann geh ich zur Taverne zum Tänzelsen Affen zurück. Endlich. Ja. In dem Moment, wo du den Zettel drunter schiebst, dann wirst du von hinten angerämmt. Von dem Typen. Was lungerst du nur hier so rum? Wach dich ab. Was willst du hier? Ich frag ihn, ob er da wohnt und check gleichzeitig. Ich frag ihn da. Ich muss jetzt erzählen, was ich dabei mach. Okay. Und check gleichzeitig meine Taschen, wo mir was weggenommen hat. Warte. Wohnst du da? Da geht dich nix an, wer hier wohnt. Warte. Warte. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der in dieser Gasse wohnen soll. Und ich hab gehört, er wohnt nicht mehr da, eventuell. Dann hab ich mir gedacht, das verlassen aussehende Haus könnte das Beste sein. Nach wem suchen sie denn? Ich hab vergessen. Miribahn. Miribahn, die Magierin. Also ich kenn nur eine Miribahn, die hat mal... Das war auch eine Magierin, die hat mal in diesem Haus gewohnt hier, ja. Hat mal ja auch so jetzt. Sie ist von einem auf den anderen Tag verschwunden gewesen. Nein, ein Krampf in der Kirche. Ein schlimmstes Desaster. Es gibt keine Kirche in dem Scheißkarten. Ja, hinten hat das Abtrendes. Du hast nichts aufpassen bei der Geschichte. Es war kein Wein, wo du das drin. Weiß man wohin? Ja. Damn. Danke, aber trotzdem kein Grund, mich da so anzurempeln. Doch. Sie schnüffeln hier rum, als geht sie nix an. Ich hab eine Nachricht hinterlassen, nicht ungeschnitten. Ich hab sie schon ein bisschen beobachtet. Warum? Weil sie hier rum schnüffeln. Sie schnüffeln hier rum, sie haben mich beobachtet. Ich wohne hier. Ja, trotzdem haben sie mir hinterher geschnüffelt. Ja und? Na ja, macht es mich ja nicht schlechter als sie. Doch. Inwiefern? Gehen sie einfach. Den ich ihnen auch raten, langsam in ihr Haus zurück zu gehen. Weil... Ich hab eine Schraube. Ich hab' ich gehört, da gibt's, hab' ich gehört, so ein paar Halunken, die könnten da was von ihnen wollen. Ah ja. Das hab' ich gesagt. Und da sie noch selber elf, geh' ich halt Richtung Taverne. Ja. Und nach ein paar Metern, wo ich glaube, ihr könnt es nicht mehr für mich interessieren, drehe ich mich um und schau' wo ich ihn ist. Okay. Der ist in das Gegenüberlinie rausgegangen. Der Trottl. Der hat mir keiner aufgemacht, aber... Ja. Aber aufgeführt ist keiner da. Okay. Reingeht. Ja. Okay. Ja, ich geh. Gut. Nein. Nein? Doch. Nein. Richtung Taverne. Hast du eigentlich nur Uhr gestellt da? Ja. Gut. Es macht nichts und keiner was. Ich kann sagen, du nimmst die Taverne, aber... Was? Die anderen schlafen eh, Alter. Dann, äh... Ist der Wirt noch auf? Klar. Er steht da unten noch. Ja. Er wird mich sehen, wenn ich raufgehe. Das ist immerhin ne ne Zeit, in der... Also es ist immer noch nicht zu spät, gell? Nö. Und dann geh' ich aus der Stadt raus. Ja. Geh' so aus der Stadt raus. Ja, und... Seh' ich da den Fluss? Nein. Seh' ich dann... Da ist auch Wald im Spur. Mhm. Leid weg. Würdest du das vielleicht so... In der Stunde... Maximal erreichen? Und dann geh' Büsch hin, dass ich mich lieb. Wie gesagt, der Fluss ist relativ in der Nähe. Und da ist viel Busch. Ja, das heißt, ich kann mich irgendwo dahinter hinlegen. Könntest du tun, ja. Dann hab' ich das jetzt vor. Und... Geh' und bewege mich in diese Richtung. Tu das. Und... Bringt noch was und frisst wieder auf den Fluss. Alles klar. Und... Mein Zilch baue ich gar nicht auf. Ich leg mir nur die Decke hin. Gut. Und zieh' mir nur den Umhang fest um mich. Mhm. Auf dem Weg. Ich bleib' noch ein bisschen wach liegen und denk drüber nach. Ob's nicht morgen weitergehen könnte. Okay. Ob's Regen... Ich denk' auch über das Regen. Darf ich das vorhersehen? Nee. Geht's aber überhaupt weiter vorhersehen? Geben und Diabelt. Bei Naturtalent. Hab' ich vier. Jetzt werde ich aber nur vier dürfen. Mein Weg. T-Muth auf welches Land Muth berufeln? M-O-M-O-M-O-M-O-M. Wir haben nur eine Einzelmu berechnet. Ähm... Komm drauf an. Ich bin schon wieder... ...imö-wenn kein Zwanziger da ist. Mh... 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 Du bist davon überzeugt, dass es heute noch Regen geben wird. In der Nacht? Ja. Sind die Büsche so, dass ich mich drunter legen kann? Ja. Dann schaue ich, dass ich möglichst weit unter dem Büsch lege. Gut. Weil ich will mein Zink nicht aufstehen. Ah ja. Okay. David, bist du noch da? Nicht, dass Markus hier noch ein Grab baut. Das wäre jetzt richtig. Wenn du noch da weißt, ist es vielleicht das Fenster zu machen. Achso, ja. Danke. Gut, ihr schlaft also alle. Ich bleib noch ein bisschen wachen. Dann schläfst du. Dann können wir jetzt einmal kurz dem David als Bein zugucken, wer das Fenster schließt. Das ist ziemlich schwer, ja. Ja, der ist ziemlich sexy. Au. Ich kenne nur noch die Kamera. Ich glaube, dass du zu viel Bier trinkst. Ja. Du schläfst einmal, ja? Schlafen mal, ja. Es war ja noch nicht so dunkel. Dunkel war es schon. Es wurde dunkel. Es ist ein dunkel Wärmgewehr die ganze Zeit schon. Nicht schlafen, passt auf. Gut, also mitten in der Nacht wachst du auf, denkst dir, überlegst, was du nochmal wolltest und fällst wieder ein. Geil. 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 Hasse dich. Na gut. Dann riecht der Morgen wieder an und ihr macht alle auf. Ja, ich wollte fast schlafen. Ja, morgen. Ich gehe mit meiner Laterne. Hab ich ihn ja nicht gesehen, oder? Du hast dich in der Nähe vom Starttor gelegt, sodass man dich aber von da nicht sehen kann. Ja, aber eher nach dem Fluss verloren. Also nein. Okay. Ah, ich... Ne. Pack mich zusammen. Zelt und Schlafsack und gehe Richtung Fluss, sodass ich mein Tier trinken kann. und wir müssen nur als Wasser verdrinken. Okay. Ja. Muss ich da mit Müffeln oder passt das so? Nein, das passt so. Ja. 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 Du kommst dabei an seine Lagerstätte vorbei. An seiner Lagerstätte vorbei. Ja, jeder. Er sieht mich. Moment. Moment. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob ich mich mit... Aber da er sich ja unter die Büsche gelegt hat... Sie. Es. Da sie sich unter die Büsche gelegt hat, fällt es dir nicht direkt auf. Aber du bist halt gerade am Aufwachen und deshalb bekommst du das halt mit. Okay. Okay. Ich gehe ab doch wahrscheinlich. Wenn du nicht wirklich aufhörst. Ich will mich nicht. Gut. David? Ja, also ich stehe auf. Das Anfelsmuster ist dafür. Ich habe nicht viel... Das, was ich auch neben mir abgekriegt habe. Ich muss nur was... Pack ich zusammen. Gehe mal nach... Über oben, oder? Du bist oben. Du bist oben. Ja, genau. Dann gehe ich mal nach oben. Ähm... Wie ungefähr... Wie das Spiel ungefähr ist? Oder vorher? Morgens. 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 Ähm... Ich... Ist der Wirt schon wach? Natürlich. Der ist immer wach. Nein, es war noch nicht so dunkel. Ich... Ich... Ich grüße den Wirt. Den Zwölfen zum Große, Herr Wirt. Den Zwölfen zum Große. Und... Gehe nach... Also gehe raus. Ich gehe raus. Ich schaue einmal nach... Meinen Falk und meinem Pferd. Geht's denen gut? Ja. Toll. Ähm... Mitten in der Stadt fallen kann. Das heißt... Ich füge... Ich... Ich füge darin... Etwas von meinem Pferdefutter. Ich habe... Für drei Wochen... Habe ich... Okay. Probieren. Zwei Wochen. Einen Tag. Ja. Noch so ein Mathe Profi. Ich schaue mich mal am Markt um. Ob... Ist da viel los? Nein. Einer weniger. Okay. Ja. Du schaust dich um, Herr. Ja. Weil ich ja... Ja. Und dann... bin ich fertig. Gut. Du? Also wenn ich aufwache sehe ich wie er raus geht oder? Ja. Okay. Sind noch andere Menschen im Zimmer? Ja. Es ist relativ früh morgens. Es gibt welche die bis spät in die Nacht noch vielleicht gesoffen haben oder so. Schlafen die noch? Wollte ich gerade sagen ja die dann noch am schlafen sind. Es sind andere Menschen die schon wach sind. Ja. Ah. Ah. Scheiße. Ja gut. Dann packe ich auch meine Sachen und gehe halt auch runter. Mhm. Das ist gut. Und... Such nach David. Beziehungsweise... Trautmein. 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 Da hab ich dir sogar eh auch geschehen wach. Trautmein. Ja. Ich ziehe zu wie er seine Tiere füttert. Und ja. Esse ich mal was. Ich hab schon lange nichts gegessen. Mhm. Also einmal vor ganzem gegangen. Gut. Ja. Esse ich. Und dann so. Klar. Also wenn die an mir vorbei gegangen ist. Ja. Danach. Gehe ich aus meinem Busch raus. Ja. Wie tief ist denn der Fluss? So dass man drin stehen kann. Und die Büsche da decken die Sicht. Im Allgemeinen. Ja. Dann gehe ich mich baden. Okay. Ich kann zuerst da. Könnt ihr zusammen baden gehen? Ja, ja. Will er wahrscheinlich. Ich bin. Das ist egal. Ähm. Ja. Und danach. Esse ich halt noch raus. Okay. Und den habe ich schon währenddessen. Nein. Flitzende Wasser gleich. Also dann mach ich. Das was von ihm noch. Äh. Beim Baden. Ja. Weiß ja nicht in welcher Richtung der Fluss fließt. Ähm. Ja. Oh ja. So. 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 Und dann mach ich. Durch den Stopper. Gut. Ich habe gleich noch ein halbes Programm. Ja. Ähm. Zwei Halbes. Ich bin mit zwei im Blick. Ich. Ich wasche mich auch. Und probiere gleich. Also wenn ich im Plus bin, denke ich mal. Ich probiere mal vielleicht an den Tisch zu fallen mit meinen Händen. Ich habe keine Arie. Das habe ich probiert. Okay. Und dann bin ich gleich noch für schön. Achso. Ja. Jetzt kann ich auch noch so haben. Voll okay. Ähm. Boah. Es gibt irgendwo Angeln. Aber. Es gibt Fischen und Angeln. Ja. Hast du eine Angeln? Nein. Deswegen muss ich Fischen. Achso. Ich habe bloß vier Fischen. Ich würde dir das aber erschweren um eins tatsächlich. Ist auch mit den Händen nicht so leicht. Eben. Okay. Ich würde jetzt gleich um drei erschweren. Ja. Dann hörst du auf Fingerfertigkeit, Geschicklichkeit und Konstitution. Ja. Wie kann man da trinken? 14. 15. Was hast du auf dem Finger? 11. Okay. 14. 9. Schneide ja weg. Nein. Ja, du planschst halt im Fluss rum. Nein. Siehst einen Fisch, greifst danach und greifst aber leider ins Leere. Plan. Ein Versuch. Ja. Ja. Wenn ich drum planschen soll, sondern ruhig im Wasser stehen. Ja. Ja. Na gut. Ja, ich ziehe mich an und gehe auch wieder Richtung. Also trockne mich in der Sache. Und gehe... Okay. Gut. Ähm. Treffe ich schon auf Elaine? Also treffe ich mich schon? Nein. Ich habe mich auch. Oder kann ich so? Ich habe einen Marktplatz auf den Weg gemacht. Nicht. Ja. 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 Treffe ich euch. Gut. Dann hast du gestern Abend noch irgendwas herausfinden können bezüglich der Marioin? Nein. Nein? Nein. Ja. 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 Sie lebt hier nicht mehr. Hast du das Haus gefunden, von dem der Wirt geredet hat? Ja. Bist du da reingekommen? Nein. Er war verschlossen. Und dann ist so ein... Da ist so ein... Da ist so ein Alarm einfach in meinem Kopf. Da ist so ein Alarm.